Schritt für Schritt wird Ihnen anhand eindrucksvoller Aufnahmen das WIG-Schweißen nähergebracht. Ein praxisorientiertes Video, das die Technik des WIG-Schweißens erklärt und über Anwenderbeispiele und Übungen mit Fehleranalysen das WIG-Schweißen erlernbar macht. WIG-Schweißen wird bei dem Verbinden von Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer zur Anwendung gebracht. Zahlreiche Beispiele, praktische Tipps und Nahaufnahmen der Tickflamme ermöglichen es dem Anfänger, aber auch dem Fortgeschrittenen, interessante Einblicke in die Technik zu erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017